Tolles Wochenende für mich und auch für den FC Bayern. Ein schöner Ostersonntag noch obendrein. Allerdings vielen Dank, Robert Andrich. Du hast den Matz, so wie es aussieht, die Tomatz-Virtual-Fan-Challenge gewonnen. Es sieht so, als ob ich das Ding verloren habe. Vielen Dank an alle Manager, die in meinem Team mitgemacht haben. Aber der Matz hat jetzt im direkten Duell das 2 zu 1 erzielt. Er hat den Punkt für sich entschieden. Das muss ich erst mal verdauen. Das endgültige Ergebnis gibt es morgen um 18.15 Uhr. Bis dahin hat Kick-Bass alle Korrekturen ausgezählt. Macht es gut. Gute Zeit. Vielen Dank nochmal, Robert Andrich. Tolles Tor. Nur nicht für mich. Ciao, ciao.